Musik Ein Urlaub auf dem Bauernhof Schiermeier im Bayerischen Wald bietet Erholung und viele Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein. Unser Ferienhof liegt in traumhafter, ruhiger Lage am Ortsrand von Kelcham im Passauer Land, umgeben von Wiesen, Wald und Feldern, mit einer herrlichen Aussicht auf die hügelige Landschaft des südlichen Bayerischen Waldes. Das große Freizeitangebot am Hof bietet alle Möglichkeiten für Sport, Spiel und Spaß, vom Bolzplatz mit zwei Toren, Volleyballfeld, großem Spielplatz mit Kletterburg, Schaukeln, Seilbahn und Tischtennisplatte. Da ist sicher für jeden etwas dabei. An heißen Sommertagen ist unser Naturbadesee genau das Richtige für eine Abkühlung. Am Badesee sind für alle sonnenhungrigen Gäste ausreichend Liegeflächen vorhanden. Die Rutsche ist für Groß und Klein eine ideale Abwechslung zum Austoben. Für unsere kleinen Bergsteiger gibt es natürlich auch einige Klettermöglichkeiten. Unsere Tiere am Hof lassen sich auch gerne ein wenig vermöhnen. Mit kleinen Leckerbissen kann man sie anlocken und auch streicheln. Für einen gemütlichen Ausritt werden die Pferde fertig gemacht. Die Kinder sind natürlich mit Begeisterung dabei und helfen eifrig bei den Vorbereitungen. Die Pferde werden gestriegelt, die Hufe ausgeputzt, dann werden die Tiere gesattelt und endlich kann es losgehen. Unser Campingplatz mit 15 Stellplätzen. Die Pferde liegt in ruhiger und idyllischer Lage am Hofrand und hat einen traumhaften Panoramablick auf den Bayerischen Wald. Terrassenförmig angelegt ist gleich daneben unser Zeltplatz, der ausreichend Platz für bis zu 100 Personen bietet. Für diese gibt es eine separate Versorgungshütte mit Grillplatz und auf Wunsch mit Kühlschrank und Elektroherd. Unseren Camping- und Zeltgästen steht auch eine komfortable, behindertengerechte Sanitäranlage mit Einzelduschkabinen, Spülbecken, Waschmaschine und Trockner zur Verfügung. Die große Mehrzwecksporthalle mit überdachten Außenanlagen wie Asphaltbahn für Eistockschützen, Inlineskater und hauseigene Co-Karts ist ein beliebter Treffpunkt für viele sportliche Wettkämpfe unter den Gästen. Tennis-Schlägerset, Federballset, Bälle für Fußball, Handball und Basketball, Eistöcke und die Co-Karts können am Hof gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen werden. Verbringen Sie einen unvergesslichen Urlaub auf dem familienfreundlichen Ferienhof Schiermeier. Wir freuen uns schon auf Sie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017